So, jetzt habe ich hier die Konfetti-Kanone von der Firma Komet, Feuerwerk, 2,99 Euro, 6x Konfetti-Regen in einem Magazin, Innovation, Qualität, Sicherheit, steht da unten rechts, und einmal die Rückseite, hier unten mit der Anleitung, wie das Ganze funktioniert, Verschlusskappe öffnen, Patronen einsetzen und Verschlusskappe festschließen, mit gestreckten Armen nicht auf Personen- oder Tiererichtung und Abzug betätigen, aus den leeren Patronenhülsen lassen sich interessante Blöcke bilden. Dazu gibt es 6 Ersatz-Magazine, zum gleichen Preis, auch von der Firma Komet natürlich, und auch da auf der Rückseite nochmal, wie man das Teil bedient. Also einmal die Konfetti-Kanone, und ein Magazin, Klappe öffnen, Magazin rein, Klappe schließen, Klappe schließen, Klappe schließen, Klappenklappe schließen, und 0 Klappe schließen, und 0 Das ist einmal das leergeschossene Magazin und die Knarre danach und grob einmal das, was dabei rauskommt.